ich weiß es gibt nicht für jede Runde Punkte ich weiß auch gar nicht woher diese XP hier kommen aber naja gut aber ein Axtgeräusch im Moment ein Messergeräusch hinzubauen wenn man geaxt wird ich glaube da kommt noch dann bekommen wir noch Zauber ins zu kann hier gar nichts bewegen das ist ja schlimm und weg und hin das ist mal wieder lustig mit den mit den Waben und richtig wie sie die Gegner sich bewegen auch die ich hier raus und dann wird das andere ja die echte Schiedsjahr so ungefähr ja ich sag mal so die Waben sind ja auch groß was noch schlimmer sind sind halt die Drohnen mal gucken mal da ist einer so verraten ich weiß ja eh gleich nicht mehr weil ich hier lang gehe tot ja da gibt's das Drohnen Update dann gibt's das Zonen Update ja wenn man die Drohnen sieht dann weiß man ja so oder so schon wo die sind ne da gibt's noch mehr Detail Details Details wenn man alles macht dann weiß man alles könnte jetzt auch nirgendsworaubdrücken aber ich drücke mal hier einfach auf die zu sehen sie los wenn man übrigens nirgendsworaubdrücken wird man irgendwo zufällig ausgewählt gab's manche am Anfang die wussten hier nicht mehr was ist das spielen im Team vergessen zu drücken weil die denken wie Sporn in der Nähe passiert aber nicht nein sie los ja johannet eigentlich schon geworden muss ich nur wenn ich ihn gegner sie in Ziele werfen also neben dem Feuerfass die müssen wir das Ding die Dinger da eher ja 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 Ich hätte da gar keinen Schaden bekommen. Ne, hier gibt's keine Knochenregeln. Knochenregel Drölf. Wer den ersten Kill macht, gewinnt meistens nicht die Runde. ... ... ... Nee, Klaustralia Regel 1, wer die erste Runde holt, gewinnt meistens auch die zweite Runde. Really? Easy. 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 Oh, verloren. Ja? Natürlich kenne ich mich aus. 118. Trafen wir heute noch. Bestimmt. Easy. Oder auch nicht. Ich glaube, da gibt es manch andere, die mehr dummes Zeug in den Chat schreiben. Gibt ja mal ab und an diese Leute. Da hinten liegt was auf dem Haus. Ach, scheiß drauf. Geld. Und noch irgendwas. Außer ne... French. Das haben die doch nicht mal. Guck mal hier, das Ding haben die schon übersetzt. Heilungsspritze. Ja, ich glaube, das kommt noch, dass sie nach und nach. Aber ja. Äh, lasse ich noch alles übersetzen. Easy. So, Heimland. Egal, ich renne einfach weg. Ups. Ups. Ich hätte vielleicht nicht in die Richtung gelaufen. Das war ich nur. Ja, da stirbt alles weg. Oh. Bei menü. Er braucht schon das bei menu. Die kommen. War da jemand, oder? stirbt. Ja, da war jemand Ach, der hat mich gleich gesehen gehabt, als ich da reingegangen bin Ja, kein Problem Immerhin 10.000 bin ich geworden Das sind die übrigens auch noch nicht richtig Krass, ich hab'n Back Ich hab'n Back produziert Christian Jeder muss mal So Ich glaub'n aus dem Modus kann noch was werden Die Idee ist ja eigentlich ganz gut Auch wenn die meisten, viele den Modus hassen Die Idee ist ja ganz gut Für den kurzweiligen Spaß zwischendurch immer mal wieder drin Das sind irgendeine Ja, bei uns sieht die Lichtschalter aber nicht so aus Egal Bislang soll's ja noch nicht so die Auswirkung gehabt haben mit dem Free2Play Spiel beginnt in 15 Sekunden Ich hab' irgendwo jetzt wild neben dem Wasserturm geklickt Letzten 10 Matches nur Hacker Von dir Ja, gut Hacker gibt's immer Die gab's auch vorher Ich bin hier fair Das steht übrigens auch an dem Haus dran Ja Ich wollte natürlich die Tür öffnen Mach doch die Tür nicht so Warum macht er die Tür so laut auf? Nee, da musste der ja noch nicht mal viel machen Der hat so nämlich die ganze Zeit schon die Glock Ich hab' natürlich nichts, ja, ich hab' ja nie was Das war jetzt, ich zieh Ich hab' immer fast jedes Match, äh, nach hinten für Match Glocken, ne? Hey! Hey! Irgendwie Gernix Es gibt übrigens auch immer Leute, die sich hier den Hintergrund, äh, selbst gestalten Die haben jedes Mal Spaß, wenn's ein Update gibt, wo man den Hintergrund wieder neu anpassen muss Ging ja nun mal nicht anders mit der Tür Ich kann ja nur E drücken Mit Sprengstoff können sie eine Menge Dinge öffnen, nicht nur ihre Gegner, hä? Flucht 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 wobei man auch Fallschirme finden kann ob es Leute gibt die immer ihren eigenen im immer den gleichen Punkt nutzen wollen wenn er besetzt ist gehen irgendwo in der Nähe bestimmt das ist schon jemand gestorben also das Spiel verlassen ein Helm immerhin was ist denn eine Metalltür logik so kommt man besser glaube ich bin schon mal für irgendwas gewappnet ich weiß noch nicht für was ich höre immer diese Drohnen ich höre immer diese Drohnen ich höre immer diese Drohnen ja ja boom hallo ah danke für die Nova war ich würde mich vielleicht ein bisschen wegbewegen die 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 ein bisschen aufladen wäre vielleicht auch noch ganz gut die hat übrigens immer noch null naja ich meine ab und an habe ich immer so Lack-Shots aber auch nur ab und an da lag Geld ich hätte glaube ich beim allerersten oh auch zwei Kills die die ja sieht ganz gut aus ich so ich sollt er mich wegbewegen von dort und in die Richtung gehen Spritze ja ja gut es gibt ein bisschen die Leibniz oder meinst du die Spritze Taki noch mal irgendwas wichtig ist jetzt einfach weggerannt Nils und Mutti Novo bestell dir mal was ich hasse das was zu bestellen was bestellen wir uns denn Munition ist immer gut Upgrade ist auch immer gut n meine andere Bruder nicht hier auch irgendwo gelandet oder muss ach nee das muss man ja gar nicht bestellen es gibt ja nur eine Drohne das Ding Upgrade ist sicher dann gleich selbst genau dann sehe ich die anderen Drohnen Reload ah danke ja macht Sinn ich gehe mal kurz in die Richtung vier Gegner also dass ich gewinne glaube ich nicht aber drei Gegner drei Gegner ja die rennen alle aber auch weg was sind das für Geräusche keine Ahnung okay jetzt bin ich gestorben ich bin okay habe ich damit dies ist jetzt hat der der mich auch wir hatten nicht ich bin immerhin nicht sie zu gucken hier aber nur um zu gucken wer noch gewinnt ja kommen gg so noch 38 so ganz schöner Sprung gerade ich sollte glaube ich noch mal so gut spielen ja hätte ich bestimmt war halt eine gute Runde ich hatte halt auch diesmal viel das ist ja noch warm up gut das hier liegt es ganz schön auf dem wasserturm also mein Ziel war es auch nicht zum drop zu werden aber ich wollte einfach nur gucken wo die Gegner sind gut ja gut klar hat ganz ehrlich das Ding fliegt immer irgendwo hin hier ist wieder unser Lieblingshaus hier ist